Die erste von vier Ideenphasen ist also vorbei. Neben mir steht jetzt der verantwortliche Kirchenrat, Dan Peter. Diese Note wurde heute informiert über den aktuellen Stand und das interessiert uns natürlich auch. Hallo Herr Peter. Ich kann leider noch nichts direkt zum Wettbewerbsergebnis sagen, aber ich kann Ihnen sagen, 27 Beiträge wurden eingereicht und das war ein Wahnsinnsspektrum. Also eine Rede an die Menschheit gegen die Prostitution war dabei. Es waren aber auch Reden, wo nochmal richtig verinnerlicht wurde, was bedeutet es eigentlich, geborgen zu sein im Leben durch einen Gott im Hintergrund, und die Schafdimension nochmal ganz anders beleuchtet. Man muss dazu sagen, das Motto war von der ersten Phase, der Herr ist mein Hirte, bin ich ein Schaf? Fragezeichen. Wie ist das angekommen bei den Württembergern? Wir dachten zuerst, das könnte kritisch werden, weil dieser erste Teil ist ja ein Motto, das auch in vielen Schlafzimmern noch hängt. Also ein Bibelwort, das wirklich Geborgenheit ausdrückt. Aber ganz ehrlich, viele haben eben auch die Assoziation, ich kann damit nicht so viel anfangen, ich will ja nicht willenlos sein, ich will nicht einfach geführt werden. Und deshalb haben wir gesagt, diese Provokation muss stehen, oder dieser Hintergedanke muss auch stehen, ganz bewusst im Kontrast. Und das kam erstaunlicherweise sehr gut an, weil viele sich dann nochmal neue Gedanken gemacht haben. Jetzt sind also die Württemberger aufgerufen worden. Bringt eure Ideen ein, egal was dazu einfällt. Was ist den Württembergern denn eingefallen? Können Sie ein paar Beispiele nennen? Ich kann schon ein paar nennen, also ganz tolle T-Shirt-Motive. Da haben ganze Familien sich zusammengesetzt und haben überlegt, wie kriegen wir überhaupt ein Motto mit Schaft oder ein Motto, das genau dieses Vertrauen ausdrückt. Oder Dank an Gott, wie kriegen wir das irgendwo auf dem T-Shirt attraktiv gemacht. Andere haben gesagt, wir machen es auf die Socken. Dritte haben irgendwelche anderen Tücher bedrucken wollen. Also es waren enorm viele gestalterische Dinge dabei, aber auch, wie gesagt, sehr spannende Reden, die wirklich zum Nachdenken anregen. Jetzt gab es doch eine Fristverlängerung, kurz vor Ende der ersten Phase, weil zu wenig Einreichungen da waren. Oder wie kann man die Fristverlängerung verstehen? Wir haben ein paar Leute gefragt, von denen wir wussten, die haben uns vorher schon gemeldet, wir wollen was einreichen, wie weit seid ihr denn? Und dann haben wir mitgekriegt, die haben sich manchmal doch ein bisschen schwerer getan, die Sachen richtig zusammenzuschreiben. Und es war klar, die Phase war zu kurz gesetzt am Anfang. Jetzt haben wir für alle Wettbewerbe einfach diese Phase der Einreichung etwas verlängert. Also es geht nicht darum, den ersten nur jetzt, weil zu wenig da gewesen wären, zu verlängern. Ganz im Gegenteil, wir hatten ja am Schluss dann sogar über 50 Einreichungen. Aber die Leute haben sich oft nicht so punktuell genau auf das erste Thema kapriziert. Alle vier Phasen geht ein Jahr, geht die Ideenphase knapp. Das heißt, pro Phase stehen dann drei Monate zur Verfügung. So kann man in etwa sagen. Aber es geht ja nicht nur um dieses Jahr. Wir wollen ja den Ideenwettbewerb bis zum Reformationsjubiläum durchhalten. Oder in das Jahr des Reformationsjubiläums hineinziehen. Wir wollen das damit ja auch bekannt machen. Hey Leute, vor 500 Jahren ist was Spannendes passiert. Und heute sind es nicht nur irgendwelche Kirchenleute, sondern ihr selber könnt reformatorische Gedanken in die Kirche einbringen. Die Aktion an sich, was erhofft sich davon die Landeskirche? Was soll dabei rauskommen? Wir haben ja dieses Mal einen ganz anderen Weg gewählt wie bei anderen Aktionen. Nicht allein die Pfarrämter machen einen Wettbewerb bekannt, sondern die kriegen einen Rückenwind durch mediale Reichweite. Also wir haben Plakate und Busse bekleben lassen. Wir haben das Ganze übers Netz verbreitet. Und vor allem, das ist ein neuer Vorstoß. Wir haben sehr viel stärker als sonst die Social Medias bedient und versuchen dort auch ins Gespräch mit den Menschen zu kommen, die vielleicht mit Kirchen noch gar nicht so stark in Kontakt sind oder die sich aber für diese Themen interessieren. Jetzt hat die Landeskirche für das Projekt 3 Millionen Euro an Mitteln zur Verfügung gestellt. Jetzt gibt es auch kritische Stimmen, die sagen, die 3 Millionen wären woanders vielleicht besser angelegt gewesen. Was sagen Sie den Kritikern? Also zuerst einmal, diese 3 Millionen standen mit nichts anderem in Konkurrenz. Das heißt, kein anderes Projekt wurde deshalb hinuntergenehmigt. Ganz im Gegenteil, wir haben ja die ganz einmalige Chance in diesem Jahr wirklich ein bisschen mehr machen zu können, weil uns mehr Geld zur Verfügung gestellt wird, das Erste. Das Zweite ist, Sie dürfen nicht vergessen, diese 3 Millionen wurden einmalig genommen, um eine Dauer von drei Jahren zu gewährleisten. Und ich habe es mal ganz kurz auf die Kirchenmitglieder runtergerechnet. Das bedeutet pro Kirchenmitglied etwa 50 Cent. Also das ist, denke ich, den Einsatz wert, dass wir ganz bewusst die eigenen Glieder ansprechen hier, aber auch über die Kirchenmitgliedschaft hinaus in unserer Gesellschaft die nahe Wirkung erzielen. Wie geht es da jetzt weiter? Das heißt, das erste Thema ist vorbei, werden wir bald den Gewinner erfahren. Was sind die nächsten Themen? Wie geht es da weiter? Ein Anspruch der Bibel ist ja eigentlich, dass das Wort jedem gilt. Deshalb haben wir gesagt, der erste Satz heißt, Gottes Wort spricht alle an, aber was erfahren viele? Ich höre nichts. Und diese These, Antithese, die steht wieder gegeneinander. Und wir sind gespannt, was das an Kreativität auslöst. Auch in neuen Formen, wie man Gottes Wort verständlich machen kann. Wie man auch biblische Geschichten wieder neu erzählt oder neu zu Gehör bringt. Also Sie können auch musikalische Sachen einreichen. Sie können einen Poetry Slam oder etwas dazu entwerfen. Wir haben ja wieder ganz verschiedene Möglichkeiten, hier teilzunehmen. Ja, vielen Dank dann, Peter, für das Gespräch. Und alle Informationen zum Ideenwettbewerb gibt es noch im Internet auf www.kirche-macht-was.de